Die freiheitliche Frauensprecherin Rosa Egger hat bekanntlich am internationalen Frauentag eine Petition präsentiert, in der dem Genderwahn der Kampf angesagt wird. Eine Umfrage, die vor wenigen Tagen der Kurier veröffentlicht hat, gibt ihr Rückenwind. Das Medium befragte die Bürger anlassbezogen, da der deutsche Sender WDR nach einer Umfrage das unbeliebte Gendern in den Nachrichtensendungen eingestellt hatte. Jedoch hat die Sache einen kleinen Haken. Statt immer beide Geschlechter zu nennen, sodass oft in einem Satz der Überblick verloren gehe, könnten männliche und weibliche Formen abwechselnd gebraucht werden. Krankenpfleger und Chefärztinnen, Kindergärtner und AutomechanikerInnen beispielsweise. 81% meinen nun in einer vom Kurier in Auftrag gegebenen Umfrage, dass Gendern in der Alltagssprache würde dem Ziel der Gleichstellung von Mann und Frau keinen Nutzen bringen. Nur 12% sind vom Gegenteil überzeugt. Zwei Drittel der Befragten sind für ein Ende des Genderns in Radio und Fernsehen und in der Amtssprache. Nur 14% sind für eine Fortführung. Egger hat mit ihrer Petition bereits 11.000 Unterschriften gesammelt, wie sie unlängst in den sozialen Medien bekannt gab. Auf www.genderwahnsinn.at kann die Petition weiterhin unterstützt werden.